Musik 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 Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog Und zwar, ich wollte Minigall spielen Ich würde eigentlich richtig cool ein Poloshirt anziehen Aber irgendwie ist es bei 24 Grad Echt absolut zu heiß ein Poloshirt anzuziehen Vor allem, was absolut eng ist Und hi Luca Hast du Bock? Ich hab Bock Ich hab so Muskelkarte von gestern, ne? Nur beim Kletter, ich wäre so ein unsportliches Stück Scheiße, ey Jetzt müssen wir uns beeilen, bevor wir zu spiel kommen Oh mein Gott, last cringe Wir haben beide gleichzeitig Okay, tschüss Let's go Hey Leute, wir sind jetzt im Auto Wir fahren jetzt los Wir kommen aktuell noch 5 Minuten zu spät Aktuell Ja, die werden wir aber wieder aufholen, ne Schatz? Nice Wir sind jetzt gerade angekommen Und wir meinten zu den anderen, dass wir noch 20 Minuten brauchen Und um Gott, die sind so weiter verarscht Dass wir falsch abgebogen sind und so Jetzt stehen wir hier und Scheinbar glauben dies Und die sind da gerade einfach lang gelaufen Und Janis hat die richtig hingestarrt Und er hat einfach nicht gerafft scheinbar Und wir fragen uns, wo die gerade sind Und warum wollen die sich jetzt was zu trinken? Ja, oder die gehen schon mal rein, um sich irgendwie anzumachen Ne, was? Es wird 1,30er ohne uns Und ich sind, glaube ich, die unnustigsten Menschen überhaupt Wie? Na? Was ist da rein? Da wieder raus Hä? Findet ihr unseren Prank? Das war nur unsere Zähne Wie hat Felix reagiert? Ziemlich angepisst, würde ich sagen Oha 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 Oha, first try Oha Findest du Minigolf? Top Schlag Luca, da ist alles besser Und was ist dein Statement zu dieser Ansage? Mach mal rein, oder? Ich glaube, ich schlag euch beide, ne? Nee Doch Ah Wir sind immer noch am Golf spielen Und ich bin tot Und mir ist absolut heiß Und dir so? Ja, mir auch Die Sonne knallt total Ich bin gespannt, wie es aussehen wird Das Ergebnis Das wird mir schon lustig Ja 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 Nein Nein Oh mein Gott Wir sind jetzt fertig mit Minigolf spielen Was hättest du Luca, wer hat gewonnen? Robin Robin, Sarah Ich glaub Robin, weil er so ehrlich gelacht hat Aber Sarah Nee, ich glaub auch, dass wir knapp zwischen Robin und mir tatsächlich Letzter Platz ist Elias mit 84 Punkten Die beiden vorletzten Plätze sind Luca und Janas Haben wir gleich viele? Ja Wie viele? 83, also einen weniger als Elias Nein Dann kommt Felix mit 74 Dann komm ich mit 68 Und Sarah 67 Oha Oha Herzlichen Glückwunsch Das ist mein Bestes Wie fandet ihr? Minigolf Hat Spaß gemacht Ja Ich hab so Hunger, ne Ich hatte heute Mittag einfach angucken, deswegen freue ich mich umso mehr Wir sind jetzt zurück vom Essen, so sehr lecker Ne, Luca? Ja Wie war dein Burger? Hamdi Lila Lila sah so lecker aus, ne Aber Dönerpizza ist immer noch Liebe Schön mit Holladies Guck mal, Leute Ich hab Luca einen Pulli ausgeliehen von meinem Merch Das ist eigentlich meiner, aber das ist eine Größe größer Weil ich finde, die besteht der Also die Farbe steht Luca echt voll gut, oder? Seid mal Meinung Ich find das echt mega nice aus Der Katzenflüsterer Janis Ja Ja Die Katze haut vor ihm ab Nein Finn Familientrip geht los Luca und ich mit unserem Sohn Stolzes Kind, oder? Ja Ich hab mal wieder Keine Art Moderation, aber ich hoffe, euch hat der Vlog wieder gefallen Falls ja, würde ich mich sehr wieder über eine positive Bewertung freuen Und über einen netten Kommentar Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal am Start Und bis dahin Schönen Tag euch noch Haut rein, ciao! Ich bin dein Ich bin dein Ich bin dein Ich bin dein Ich bin dein